DDRV News vom 9. Juni 2023 München, Vereinsregister und Bürgermeister Bundesverfassungsgericht stellt sich weiter tot Mit freundlicher Unterstützung von AWAY Medical und Drehhandel Herzlich Willkommen bei den DHV News Die Vorbemerkung ist schon fast eine richtige Nachricht Auf jeden Fall ein Einstieg in das aktuelle politische Geschehen Wir haben nämlich beim Deutschen Handverband eine neue Seite online gestellt Zum Thema Cannabis Social Clubs, eine Übersichtsseite Wo wir den Hintergrund beschreiben, die Historie von Cannabis Social Clubs Beschreiben, so die reine Lehre sozusagen Wie sollte optimalerweise nach den Kriterien eines Europäischen Verbands So ein Cannabis Social Club ausgestaltet sein Als nicht kommerzielle, ehrenamtlich geführte Struktur Und wo es viele gibt und so weiter Aber eben auch die ganz konkreten Pläne jetzt hier in Deutschland Wann damit zu rechnen ist, dass es kommt Ob überhaupt damit zu rechnen ist, dass es kommt Welche Kritikpunkte da noch drin stecken Welche Gefahren vielleicht auch Und inwieweit es überhaupt Sinn macht Jetzt schon einem CSC beizutreten oder einen zu gründen Da gibt es ja ganz viele Berichte im Moment in den Medien Über überall neu gegründete Cannabis Social Clubs Und einen Ansturm auf die, die schon seit ein bisschen längerem bestehen Es gibt ja schon einige, die schon seit Jahren existieren Die eben vor allen Dingen dazu da sind Promo zu machen für diese Idee Cannabis Social Club erstmal dazu beitragen wollen Das überhaupt durchzusetzen Um dann eben, wenn es soweit ist, gemeinsam anzubauen Das ist ja auch jetzt bei den aktuell zu gründenden Cannabis Social Clubs so Die können ja auch nicht sofort operieren Kein Cannabis Social Club kann jetzt schon legal Gras anbauen Das wird eben erst passieren, wenn dieses Gesetz tatsächlich in Kraft tritt Und ja, auch das ist eben noch nicht 100% sicher Auch wenn der Gesetzentwurf jetzt immerhin vorliegt mittlerweile Aber trotzdem ist natürlich noch mit Widerstand zu rechnen Die CDU sagt ja auch, CSU vor allen Dingen Dass sie alles tun werden, um das zu verhindern Ob sie die Möglichkeit haben oder nicht, werden wir noch sehen Auf jeden Fall ist das alles sehr wackelig Aber natürlich, um die Nachfrage zu zeigen Und jetzt nochmal, ja Druck drin in den Kessel zu bringen Dass das wirklich gewünscht ist von der Bevölkerung Ist natürlich trotzdem nicht schlecht Jetzt schon Cannabis Social Clubs zu machen Aber man sollte jetzt wirklich überlegen, was man da tut Wie man da agiert und so weiter Weil im Zweifelsfall das sonst auch dazu führen kann Dass man später keine Betriebsgenehmigung bekommt Weil man bestimmte Dinge nicht einhält Bestimmte Regeln nicht einhält Die jetzt zum Teil auch noch gar nicht klar sind Also schaut euch das mal an Wenn euch das Thema genauer interessiert Cannabis Social Clubs Sonderseite auf der DHV-Seite Und die nächsten Themen, die sich jetzt anschließen Haben auch schon direkt wieder damit zu tun Auch mit dieser Frage Wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft das eigentlich, wenn man jetzt schon Einen Cannabis Social Club einrichten will? Haben wir zum Beispiel einen Fall in München jetzt hier Wir haben ja überall berichtet, dass sich solche Vereine jetzt gründen Aber viele von denen sind noch gar nicht im Vereinsregister Die sind erstmal nur auf Insta oder so Und sagen, wir sind jetzt CSC hinter Tupfingen Anbauverein Aber andere sind eben auch schon so weit Dass sie registriert sind als Verein Und manche versuchen das gerade Und das ist nicht mehr so ganz einfach Weil natürlich das endgültige Ziel eines Cannabis Social Clubs Was illegal ist nach jetziger Rechtslage Nämlich der gemeinsame Anbau von Cannabis Und Abgabe an die Mitglieder Ist natürlich im Moment hardcore illegal Wer nach jetzigem Recht Cannabis Produktion und Handel als Bande Das wäre also hart bestraft im Moment Aber die Satzungen haben natürlich auch den Inhalt Letztendlich, dass man sagt Okay, zukünftig, wenn das dann legal ist Dann wollen wir gemeinsam anbauen und nicht jetzt sofort Trotzdem gibt es darüber Streit Wir haben jetzt ein Beispiel in München gesehen Wo berichtet wird in der Abendzeitung Dass also einem Anbau-Club Die Genehmigung als Eintrag ins Vereinsregister Verwehrt worden ist Und jetzt dagegen klagen wollen vor Gericht Wir sind gespannt, was die Richter jetzt dazu sagen Wo eben genau so ein Passus drin steht Dass sie das eben dann erst anschreiben, wenn es legal ist Also eine der Hürden, die man dann tatsächlich Möglicherweise auch hat Wenn man jetzt schon so einen Verein gründen will Wo wir gerade in München sind Ja, das ist ja auch spektakulär Nochmal so ein Interview mit dem Oberbürgermeister von München Dem Dieter Reiter von der SPD Schon die Überschrift Die restriktive Verbotspolitik funktioniert nicht Ja, also Münchner Oberbürgermeister aus Bayern Nicht zu fassen Der sich also in dem ganzen Artikel In dem ganzen Interview voll für die Legalisierung ausspricht Zum Beispiel dann auch sagt Naja, also eben Das Verbot funktioniert nicht Weil im letzten Jahr 2021 Die Zahl der Konsumenten um 7,1% Im Vergleich zum Vorjahr gestiegen Ja, also funktioniert nicht unsere Drogenpolitik Da ist übrigens ein viel größerer Anstieg Ja, als immer behauptet wird Dass der in Kanada stattfindet zum Beispiel Die haben nicht 7,6% in einem Jahr Punkte Aber eben in Bayern hat man die Unter restriktiver Drogenpolitik Und Reiter hat das verstanden Und dann wird ihm auch gesagt Naja, hier, wenn sie da an dem Modellprojekt teilnehmen wollen Zur Cannabisabgabe Ja, ihre Landesregierung ist ja strikt dagegen Sagt der Knallhart Ja, die Regierung hier in Bayern ist auch sehr konservativ Ja, kein Wunder, dass sie da dagegen sind Und wohlgemerkt beim zweiten Maß im Bierzelt Dann dagegen gegen den Drogenkonsum herziehen Irgendwie sagt er Also wirklich erfrischend, sag ich mal Ja, sowas zu hören Wie jetzt massenhaft im Moment Alle möglichen Städte, die da überall diskutieren Anträge stellen So eine Modellregion zu werden Obwohl überhaupt das Modellregionsgesetz Das ist ja Säule 2 Da ist ja im Moment noch nicht mal ein Gesetzentwurf dafür da Wird überhaupt noch gar nicht Also im Bundestag diskutiert überhaupt Ja, und schon sind die ganzen Städte dabei Dass sie da mitmachen wollen Und so viele Statements Also aus Richtungen, wo man das nie erwartet hätte Vor wenigen Jahren noch Zeigt eben auch den gesellschaftlichen Wandel Den allein schon der Plan der Bundesregierung Mit Legalisierung hier ausgelöst hat Dass eben bayerische Münchner Oberbürgermeister So ein knallhartes Statement raus tut Ja, das hätte man einem vor kurzem so Mit Sicherheit noch nicht gelesen Und da ist ganz viel Bewegung in der ganzen Gesellschaftlichen Entwicklung drin Ja, da kann man natürlich jetzt sagen Da können wir uns auch nichts von kaufen Wir werden trotzdem weiter kriminalisiert Es gibt trotzdem keine Legalisierung Auch wenn der Münchner OB tausendmal sagt Dass er dafür ist Na klar, aber ist eben auch ein großer Gesellschaftlicher Wandel Der hier nötig ist letztendlich Und das sind alles Zeichen dafür Dass der auch stattfindet Ich springe jetzt mal ungewohnt Zwischen Deutschland und Ausland Weil auch noch ein Thema im Prinzip Dafür spricht Dass es nicht unbedingt schnell gehen muss Mit den Cannabis Social Clubs Auch wenn das Gesetz verabschiedet worden ist Nämlich wir blicken nach Malta Malta hat ja das Gesetz Für die Cannabis Social Clubs Im Dezember 2021 erlassen Ist also anderthalb Jahre her Und es gibt immer noch keinen einzigen Cannabis Social Club im Betrieb Also Ist noch keiner genehmigt worden Gibt aber Anträge mittlerweile Und zwar 26 wohl Da hat sich auch einiges getan Sind also noch einige dazugekommen Zuletzt habe ich fast gehört Von drei Anträgen Aber es wurde noch keiner genehmigt Und der Vorsitzende Dieser Genehmigungskommission Der dann auch in so einem Zusammenhang dann auch gleich mal sagt Am besten gar nicht konsumieren Und am besten die Leute abhalten Vom Konsum und Präventionskonzept Und wir wollen natürlich weniger konsumieren Wenn die im Social Club sind und so Also eigentlich so ein Abstinenzer Der da sitzt In dieser Kommission jetzt als Chef Und der hat auch gesagt Um das knallhart klar zu machen Ja 26 Anträge Heißt noch lange nicht Dass es auch 26 Genehmigungen geben wird Wir werden die alle Rigoros durchleuchten Diese ganzen Anträge Und Leute da Die komischen Kiffer Die da anbauen wollen Und dann haben sie auch noch gleich Nochmal einen Satz Neue Regeln irgendwie veröffentlicht Wo ja sowieso schon klar war Ja irrsinnige Regelungen Bis ins kleinste Detail Bis zum geht nicht mehr Und wahnsinnig Verantwortung Für die Leute da Und wahnsinnig Kosten Die damit einhergehen Und so Und jetzt haben sie nochmal Irgendwie einen Satz Regeln Auf den Tisch gelegt Und ich gehe mal nur auf eine davon ein Um euch eine Vorstellung Von der Dimension zu machen Wo es um den Transport geht Weil ja häufig die Anbauvereine Woanders anbauen Als sie dann die Verteilung regeln Ja und die Ernte dann irgendwie Transportiert werden muss Und es geht auch Ja aber dann muss man Ein Zertifikat haben Und Sicherheitspersonal Ja also ursprünglich war die Idee Dass man da so Leute Haben muss Die so auch Geldtransporte machen Die entsprechend geschult sind Für Gefahren Sicherheitstransporte irgendwie Und das muss jetzt Nicht mehr sein Jetzt gibt die Organisation Wo ein eigenes Zertifikat raus Aber auch da muss man So eine Schulung mitmachen Und wird mit einer Prüfung Und Online-Schulung Und Gedöne Und dann kriegt man als CSC-Transportminister Ehrenamtlicherweise So sein Sein Zertifikat Und dann Darf man das Zeug hin und her fahren Aber es darf Zwischendurch Keinen Unberechtigten Stopp Auf der Route geben Also Rote Ampeln darf man glaube ich Das steht jetzt da nicht konkret Aber ansonsten darf man nicht stoppen Oder irgendwelche anderen Komischen Zeitlichen Nicht erklärbaren Verzögerungen haben In der Fahrt Man darf nicht nachts fahren Muss also tagsüber fahren Ich weiß nicht wie jetzt Nacht geregelt ist Ob das mit Dunkelwerden zu tun hat Oder ob das bestimmte Uhrzeiten sind Auf jeden Fall Nur nicht nachts fahren Und man muss Das Cannabis in einem Temperaturkontrollierten Container Transportieren Der wiederum In einem Safe Eingeschlossen ist In einem geschlossenen Fahrzeug Das sind die Regeln Für den Transport Für die Clubs Von Anbau Zur Verteilung Eine Trillion Pfutzelige Komische Vorschriften Haben die da Und da muss man auch Am Ende Vielleicht dann sagen Na Vielleicht doch lieber Eigenanbau Ja Lassen wir das mit den Clubs Ich weiß nicht Ob die da wirklich So eine große Zukunft haben Wenn man das so macht Und das natürlich Zu befürchten Letztendlich auch in Deutschland Wir so enden Ja Wir sehen ja auch schon Die Ansätze jetzt Im Gesetz In Malta kamen Das meiste Negative dann Erst per Durchführungsverordnung Im Gesetz selber Steht alles gar nicht so drin Das ist eigentlich schon Ein gutes Gesetz Aber diese ganze Durchführungsbestimmung Die dreht dann Die Daumenschrauben Dermaßen krass an Ja Das im Prinzip Man gleich sagen könnte Okay So nicht Leute Das wird nicht funktionieren Noch eine gute Nachricht Ich habe letzte Woche Schon berichtet Dass das Drugchecking In Berlin Den Probebetrieb Aufgenommen hat Und jetzt Dadurch ist es In der Welt gewesen Ja Natürlich haben auch Andere berichtet Aber jetzt haben sie gesagt Komm mit dem Probebetrieb Jetzt ganz Deutschland Ist halt scharf drauf Weiß jetzt davon Und so weiter Können wir auch gleich Offiziell machen Auf jeden Fall Machen sie es jetzt offiziell Es gibt diese Sprechstunden Die Proben werden nicht mehr Nur von Probanden gezogen Die sowieso gerade Im Beratungsgespräch sind Das war eben der Testbetrieb Jetzt hat man drei Standorte In Berlin Die jeweils dienstags Für zwei bis drei Stunden Offen haben Und wo man dann eben Drogen hinbringen kann Zum kostenlosen Testen Und wo man ein paar Tage später Dann Das Ergebnis Per Telefon Oder persönlich Sich abholen kann Warum alle drei Dienstagsaufnahmen Weiß jetzt auch nicht Ja Keine Ahnung Hätte man vielleicht Noch mal einen anderen Tag Nehmen können Aber es sind zumindest Unterschiedliche Uhrzeiten Für Leute Die vielleicht standardmäßig Bei bestimmten anderen Uhrzeiten Nicht können Wie immer Es läuft offiziell Gab auch noch ein paar Schöne Presseberichte dazu Und das ist wirklich Ein Meilenstein In der deutschen Drogenpolitik Geschichte Ja Den man nur feiern kann Ja Es ist eine Feierwoche Sozusagen jetzt Mal Auch wenn Cannabis Immer noch nicht legalisiert ist Aber das ist auch wirklich Ein ganz ganz wichtiger Punkt Für den wir seit Jahrzehnten Kämpfen letztendlich Und Eine weniger gute Nachricht Ist die Dass das Bundesverfassungsgericht Weiterhin Keinerlei Anstalt macht Über die Verfassungsbeschwerden Zu Urteilen Die eben sagen Die Richtervorlagen Insbesondere Cannabis Das Verbot von Cannabis Ist Nicht Verfassungsgemäß Verstößt gegen die Verfassung Die ersten Vorlagen Kamen ja von Richter Müller Aus Bernau Vor ziemlich genau drei Jahren So ein bisschen mehr als drei Jahren Im April 2020 Am 20.04. Hat er verkündet Diese Vorlagen abzugeben Und Seitdem Hockt das Bundesverfassungsgericht Darauf rum Und reagiert nicht Entscheidet nicht Die hatten das Letztes Jahr schon Auf ihrer Vorhabenliste Draufstehen Und dieses Jahr auch wieder Aber Jetzt kommt die Nachricht Von Hasso Zoliak Von der LTO Legal Tribune Online Dass der Entscheidungstermin Auf Anfrage Also wurde ihm gesagt Entscheidungstermin Ist noch nicht konkret Absehbar Und das ist mir Übrigens derselbe Journalist Der Am Ende Januar Noch gesagt hat Aus internen Quellen Wäre jetzt Angesagt Dass es eine Entscheidung Über die Anträge gibt Entweder Ostern vielleicht schon Aber spätestens Im Frühsommer Sollte es Eine Entscheidung geben Nach seinen Informationen Im Januar Jetzt Sagt er Nö Verfassungsgericht Will doch nicht Ja Ist überhaupt kein Termin Absehbar Kann auch 100 Jahre dauern Gibt auch keine Frist Nach dem Bis der Zur Entscheidung Die können da Ewig warten Wahrscheinlich wollen die Einfach jetzt noch gucken Ob die Polizei Ob die Politik Irgendwas geregelt kriegt Ja Das hat das Thema Vielleicht irgendwie so Erledigt Dass sie sich nicht Einigen müssen Ja Mal sehen Wie lange sie Wie lange sie Das noch durchhalten Da einfach Sich totzustellen Dann haben wir noch Einen kleinen Erfolg Oder Ja Klein oder groß Wie man nimmt Ja Vielleicht auch ein großer Erfolg Kann man schon sagen Die EU-Kommission Hat sich jetzt endlich Bereit erklärt Hanfblätter Als Tee verwendet Ausdrücklich aus dem Katalog Für Novel Food Herauszunehmen Das Die Novel Food Verordnung der EU Ist ja irgendwie Vor ein paar Jahren Plötzlich über uns Hereingebrochen Nachdem irgendwie Viele andere Instrumente Offensichtlich nicht mehr Ausgereicht haben Um diesen ganzen Boomenden Markt Mit Cannabis Produkten Vor allem mit Lebensmitteln Irgendwie in den Griff zu kriegen Die ganze CWD Sachen Die so auf dem Markt waren Und so Und da haben sie gesagt Okay Ist alles Novel Food Heißt War vor 1997 Nicht großartig Auf dem europäischen Markt Unterwegs Deswegen ist das halt Neuartig Und deswegen baut Dafür eine Zulassung Und gibt keine Zulassung Deswegen ist das alles illegal Wobei dann ja immer wieder Die Graubereiche Ausgetestet wurden Ja Die Drogeriemärkte Die Was weiß ich CBD-Kaugummi Ist in die Regale rein Und wieder raus Und wieder rein Und wieder raus Und hin und her Ja Und das war ein Riesengedöns Und ist es immer noch Aber nicht mehr für Hanfblätter Tee Der ist kein Novel Food Das ist jetzt festgestellt worden Also westige Aufgüsse Für Einläufe Und zum Teetrinken Ist traditionell Schon vor 1997 Mehreren Ländern Der EU nachgewiesen worden Und das kann sich Die IH Die Europäische Nutzhanfverband Und auch speziell Der Mitvorsitzende Daniel Kruse An die Brustheften Der hier in Deutschland Auch großer Nutzhanfunternehmer ist Mit Hempro und Hanfhaus Und so weiter Und diversen anderen Unternehmungen Und viel macht In dem ganzen Nutzhanfbereich Von Textilien Über Kosmetikgedöns Und so Und jetzt darf er ganz offiziell Hanfblätter Tee verkaufen Und alle anderen auch So weit so gut Ja da muss man noch Ganz andere Zeug Aus der Novel Food Verordnung Raus bei der EU Was da jetzt immer noch drin steht So Dann sind wir schon Bei Mordsgruppenfunk Angekommen Da haben wir Wie versprochen Nochmal einen kleinen Nachtrag Von den letzten Monaten Wir hatten ja im Mai Die ganzen Global Marihuana Marsch Demos Und die zweite Runde Da haben wir noch nicht Darüber berichten können Hier in den News Sind ja ein paar Newsfolgen ausgefallen Und dann habe ich ja Letzte Woche eine Ganz alleine gemacht Und jetzt können wir Alle zusammen feiern Dass der Videomartin wieder da ist Und wir jetzt endlich Wieder vernünftig Videos Einblenden können Hier in die DRV News Und dann machen wir jetzt Und werden euch nochmal Nachliefern Die verschiedenen Global Marihuana Marsch Eindrücke aus Stuttgart Darmstadt Karlsruhe Heidelberg Würzburg Und Freiburg Darmstadt 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, und dann haben wir noch neben diesen etwas älteren Beiträgen aus dem Ortsgruppenfunk einen ganz frischen, modernen Beitrag und zwar aus Darmstadt. Die stehen immer noch auf dem Hessentag, der eigentlich eine ganze Hessenwoche ist oder noch länger, weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall stehen die da ewig und drei Tage an dem einen Hessentag täglich und machen einen Infostand. Und ja, sind da recht happy damit, haben viel Zuspruch, Zulauf, Gespräche und so weiter und so fort. Und ja, ist natürlich auch ein toller Einsatz über so einen langen Zeitraum, einen Stand da aufrecht zu erhalten. Ortsgruppe Darmstadt, großes Thump-Up mal an der Stelle. Und damit sind wir bei den Terminen und insbesondere Ortsgruppen-Terminen. Und da haben wir mal wieder Wuppertal mit dabei. Am 13. Juni, Dienstag, offenes Treffen der Ortsgruppe Bergisch Land. Also nicht nur Wuppertal, sondern die anderen bergischen Kollegas aus meiner Heimat dürfen auch mitkucken, mitkommen und diskutieren und mitmachen. Dann haben wir nochmal Darmstadt. Jene Gruppe, von der ich gerade berichtet habe, die trifft sich wieder Freitag, 16. Juni. Mannheim ist ein Infostand der Ortsgruppe Rhein-Neckar, Samstag, 17. Juni. In Berlin trifft sich die Ortsgruppe am Dienstag, 20. Juni. Und dann haben wir nochmal die Messen mit Halle dazwischen. Die eine Messen ist die Mary Jane von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Juni. Auch da ist der DHV mit dabei, mit einem dicken Infostand und auch einigen Beiträgen im Programm. Meine alljährliche Politikerrunde wird auch da stattfinden, Freitagabends. Da sind die drogenpolitischen Sprecher dabei, der guten Bundestag, sag ich mal. Also alle außer Union und AfD. Und da werden wir auch wieder ein Video von machen und hier veröffentlichen. Ja, das ist ja einmal so ein Jurfix einmal im Jahr, so von wegen, wie hat es der Stand der Dinge? Freue ich mich drauf, bin gespannt, was die da wieder erzählen. Aber eben noch ein paar andere Programmpunkte, lohnt sich hinzukommen. Consumermesse, ja, für alle möglichen Leute, die sich irgendwie für Anf interessieren. Und ja, Halle dazwischen, hatte ich gesagt, das ist ja die Mahnwache zum Weltdrogentag, Montag, 26. Juni. Und dann kommt das andere Ende der Konferenz-Fahnenstange oder Messe-Fahnenstange, nämlich die ICBC, die größte europäische Business-Konferenz. Wo es auch ein bisschen Messe dabei gibt, ja, da gibt es auch immer mehr, da ist es gar nicht mehr so ein bisschen, aber eben auch High-End, sag ich mal. Ticketpreise und eben auch Anspruch der Leute, da sind also eher die Wirtschaftsinteressierten, die selbst ein Unternehmen haben oder auch Leute, die investieren wollen. Da ist auch so ein Investorsforum nochmal zwei Abende vorher. Auch da bin ich übrigens im Programm dabei. Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich wäre die Vorband von Blinat. Das stimmt aber gar nicht. Ich bin die Vorband von Jürgen Neumayers Politikerrunde. Da wird es nämlich auch eine geben zum Stand der Dinge vom Bundesverband der Deutschen Cannabis und Wirtschaft, BVCW. Und da ist auch der CDU-Rüttel dabei. Ja, also insofern, den kriegen wir nicht beim Handverband. Ja, den kriegt der Jürgen, insofern lohnt sich das auch nochmal da. Ja, und da bin ich der Vorredner sozusagen nochmal ein bisschen Stand der Dinge mäßig, das ganz auf den Punkt zu bringen. Ja, für alle, die sich für Business interessieren, auch eine spannende Sache. Das war es für heute. Ich glaube, das wird eine relativ kurze Ausgabe gewesen sein. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen beruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.